Willkommen bei VideoWissen. Mein Name ist Georg Lahmer. Ich bin Astrophysiker am Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam und wir befinden uns hier in der schönen Bibliothek des Instituts. Wie viele Astronomen habe ich schon als Jugendlicher ein eigenes Teleskop gebaut und damit experimentiert. Dann hat mich Physik sehr interessiert in der Schule und so kam ich dann fast zwangsläufig zur Astronomie. Ich habe nach dem Abitur Physik studiert in Tübingen und dann in Astronomie meine Diplomarbeit dort gemacht. Das war dann gerade die Zeit des Rosat-Satelliten. So bin ich dann zur Röntgen-Astronomie gekommen. Ich habe dann auch in Tübingen meine Doktorarbeit gemacht und bin dann weiter nach England. Ja, zum Beispiel haben wir vor fast 20 Jahren hier am Institut einmal eine schöne Entdeckung gemacht. Das war ein sehr entfernter und sehr massiver Galaxienhaufen, den wir zunächst im Röntgenbereich entdeckt haben und dann optisch nachbeobachtet haben. Und es war damals noch gar nicht so klar, ob eigentlich so ein großer Galaxienhaufen, der damals, der vor neun Milliarden Jahren eigentlich schon entstanden war, ob der überhaupt mit den damaligen Modellen vereinbar ist. Naja, eine Herausforderung zum Beispiel für junge Wissenschaftler ist öfter mal, irgendwann muss man mal von einem sehr großen Publikum reden. Man steht dann in einem Konferenzsaal und da sitzen 300 Menschen, darunter sehr bekannte Astrophysiker, und dann muss man da seinen Vortrag halten. Aber heute üben das die Schüler ja schon in der Grundschule. Ja, im Moment arbeite ich für den Röntgensatelliten Irosita. Ich habe da einen großen Teil der Software geschrieben und bin jetzt mit der Auswertung der Daten des Satelliten beschäftigt. Und wir hatten jetzt gerade am 30. Januar die erste große Veröffentlichung der Daten des ersten halben Jahres der Beobachtungen. Ja, wir hoffen natürlich, dass es mit dem Irosita-Projekt irgendwann mal weitergeht, dass die Beobachtungen wieder aufgenommen werden. Im Moment haben wir noch sehr viele Daten zu bearbeiten. Es wurden insgesamt über zwei Jahre Daten aufgenommen, die dann auch noch darauf warten, aufbereitet und veröffentlicht zu werden. Ja, wenn man wirklich für die Wissenschaft brennt, dann würde ich sagen, man sollte das verfolgen und sich durchbeißen. Es ist ein sehr schöner Beruf. Das ist ein sehr schöner Beruf.